meine und herren sie sind dabei ist wieder zeit für die zwei sonntag abend 1952 wir sind richtig früh dran sind richtig früh dann also 22 minuten zu spät quasi als wir als ich war aber wir haben es trotzdem geschafft vor 20 uhr und es ist natürlich auch was es waren ja wichtige dinge ich habe ein lied für dich gespielt also akkorde für dich ja stimmt ich habe dir die katze gezeigt wie sie mag das ist einer wenn sie katz ist sonst keiner da jetzt gut als leckerlis umhals hängen das muss dazu sagen wieder diese die fleischbällchen kette genau ja guten tag sonntag guten tag mittlerweile schon der sechste sechste wir sind schon mitten vielleicht wieder ein halbes jahr rum von diesem insport schon wieder das ist übel ist echt übel die zeit vergeht definitiv ja und du hast gestrichen habe ich gesehen habe heute vormittag gestern auch schon gestern vormittag also gestern bis um 15 uhr und heute bis um 14 uhr oder so heike gestrichen den spieltoom von meinem klein genau das hat sie erwähnt bevor ich das vergesse im letzten podcast haben wir vergessen dass wir eine neue rezession auf eidrich bekommen haben das wollte ich jetzt gerade noch nachholen beim letzten mal ist so haben wir total vergessen und war von zebra oder zebra vielen dank erstmal dafür kurz und knackig die zwei retter des montags ich freue mich jeden montag auf die nächste folge danke euch beiden für die gute unterhaltung wir haben zu danken geht runter wie öl ja muss ja ja vielen dank zebra wir haben es beim letzten mal vergessen und holen das in dieser stelle hier nach vielen dank ich habe sie vorher noch mal ja aber aber ich bin halt ein bisschen ja muss auch dazu sagen das ist auf apple passiert also apple podcast und wir haben gerade mal fünf prozent unserer zuhörer hören auf apple zu okay krass aber dafür fast 60 prozent bei spotify auch krass auch viel ne ja 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 und dann 21 prozent aber also wahrscheinlich irgendwelche anderen podcast clients oder sowas in der art könnte ich mir vorstellen krass und die weiß es krimine und android 24 prozent android 20 prozent also iphone und 57 prozent also 57 also htc naja ich denke mal das wird die webseite naja es ist alles das was über so angehört wird oder über die plattform das kann alles mögliche sein also desktop oder sonst wo ja genau ja aber wir freuen uns für jeden der einschaltet wir haben letzte folge ja nach gefragt wer sich denn diesen ganzen krampf gibt also durchweg oder war das die letzte folge ich glaube die vorletzte und viele haben gesagt wir haben fast jede folge gehört und wenn dann waren gründe wie urlaub oder sonstige dinge eine pause hatten das freut uns natürlich sehr dass er so viele verständlich also wir sagen zwar immer auch dass das unsere unterhaltung ist aber wenn jetzt kinder zuhört dann müssten wir doch nicht aufnehmen also von daher schon reden zu hören ich mir das nie im nachhinein noch mal an nein ich auch nicht das habe ich früher bei den seven days folgen am anfang gemacht dass wir unsere folgen sozusagen unsere ersten paar so nachgeguckt habe aber das habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht ja gut da macht es ja dann noch vielleicht sinn weil man vielleicht aus der perspektive von dem anderen noch mal sehen möchte oder weil situationen passiert sind die man irgendwie selber ja erlebt hat da kann es noch sinn mal hierbei ja keine ahnung ich habe meist den anfang höre ich meist weil ich immer mal rein spule bei der aufnahme und zu hören wie der ton ist ja ja vielen dank dafür jetzt sitzen wir hier es ist sonntag ist hat ein wenig abgekühlt aber nur ganz wenig und eher schwül also letzten tage wir haben ja ich glaube letzte woche war es noch so dass gar nicht richtig warm war doch doch stimmt da hat mir den ersten podcast mit der sonne und so weiter das ging ja eigentlich die woche so weiter ich habe auch jeden mittag habe ich dann die die mittagspause auf dem balkon mit der frau verlegt das war sehr schön war schön und dann war es jetzt klappt wann hat es angefangen donnerstag oder wann hat es regnen begonnen oder war das freitag das weiß ich nicht bis bei euch anders als bei uns hat es hier kaum mehr regnet feiertag genau hat aber dazu geführt dass es sau schwül geworden ist irgendwie auch in der bude aber egal es soll jetzt wieder besser werden die nächsten tage ich freue mir also ich hatte wie kann ich klang gestern waren hier fast 30 grad in dem schönen brandenburg kein kein lüftchen keine keine wolken nischt das hat ja schon gebrannt beim malern hast du auch gestern in der erste unter freiem himmel also ja so ein bisschen unter dem carport genau aber da kommt trotzdem sonne auf dich drauf nein schon da kommt drauf an wie die einstrahlung ist ja bei so einer prallen sonne also auf jeden fall richtig braune arme jetzt schon natürlich hat ein t-shirt angehabt aber da geht ja auch viel durch also ein t-shirt hält ja glaube ich nur zehn prozent ab oder so echt war mir ja nicht bewusst ja okay also normales t-shirt ganz normales stoff t-shirts und so ein unterhemd oder so ein amerikan shirt weißt du halt nur glaubt nicht viel was da abgehalten wird du verbrennst zwar nicht also du kriegst keinen direkten sohn du kannst auch einen sonnenbrand kriegen beziehungsweise leichten aber die haut kriegt trotzdem strahlung deswegen soll mir ja kinder auch trotzdem einschmieren also es hilft nicht nur ein shirt anzuziehen kleine kinder jetzt die auch empfindliche haut haben ja auch wirklich ein cremen trotz dass sie vielleicht klamotten anhaben weil das halt durchballert und je nach stärke der sonne irgendwelchen südlichen ländern oder so ein kram in spanien bist oder so da ballert es ja richtig runter je nach ozon loch lager ja australien ist wahrscheinlich dann nicht so geil ne man da ist bestimmt richtig dass wir sind die sind alle da mutiert also die tiere jedenfalls aber war es nicht mal so dass so eine aussage gab dass das ozon noch kleiner wird ich habe keine ahnung das ist das ich meine ja das habe ich mal gehört das ist einfach kein fckw mehr sprühen fckw mehr ist sonst nur ja keine ahnung ob es nur vom fckw kam aber es ist ja oft die natur hat ja eine riesen latenz ne also was du vor 20 jahren scheiße baust schlägt zurück in in gewisser zeit also glaube das ist das ist die was was dann so langzeit folgen sind und ach war hat man mal nicht gemacht weißt du das ist schon mal den radioaktiven müll nicht in die ostsee schüttet ja oder in normalen fässern in so ein altes salzbergwerk wo dann irgendwie das wasser einbricht und so ein kram ist ja auch irgendwie doof hätten wir mal nicht gemacht haben wir aber gibt es doch ein paar glaube ich da könnte man eine ganze folge machen aus hätte man mal nicht gemacht ja so die top ten hätte man nämlich gemacht ja werden heute im stream das thema zum beginn des streams da war so diese frage ob man in seinem in seiner vergangenheit dinge anders gemacht hätte und was wäre wenn also es gibt mit sicherheit ich habe weil ich habe gesagt es gibt mit sicherheit sagen wir ein zwei jahre die ich lieber streichen würde also das ist so allein aus selbstzerstörerischen zwecken oder wie man das nennen mag also ja es gibt gewisse dinge die glaube ich nicht die ziemlich dumm waren und so weiter aber wer weiß wie es dann gelaufen wäre ob nicht alles dann anders gekommen wäre also es hilft ja auch nichts über die vergangenheit zu sinnieren das bringt ja nicht weiter aber du kannst sie nicht ändern also es kommt eine mit der zeitmaschine stimmt ja ich meine es ist immer so eine so eine grundsatzfrage immer so eine so eine tiefgehende frage wenn man wenn man überlegt was man hätte ändern können früher aber wie du schon sagst wenn du mit deinem jetzt zufrieden bist denn hätte ich auch nichts geändert sozusagen wenn es jetzt scheiße laufen würde dann wüsste ich schon wo die punkte waren dass man ganz oft nicht abschätzen kann wie sich das anders entwickelt hätte sein können weißt also du weißt es ja ich habe auch so eine situation meinem leben das habe ich glaube ich schon mal erzählt mit dem wo ich beim kumpel auf der hochzeit war und um jemanden kumpel oder ein fernter freund der damals immer mit der clique so mitgezogen ist dem seine freundin die hat er nach der hochzeit ist ja vorbeigekommen und so nach dem motto ja was denn wäre wenn sie ihren freund verlassen würde und blablabla und so ein kram und da habe ich das ich weiß nicht ob ich das jemals erzählt habe doch ich glaube schon das war auf der hochzeit wo ich dann bei mir gesungen habe auf der bühne und das war die anscheinend beeindruckend oder sowas und dann kam die danach zu flaschen weißwein ja ja einen tag später oder zwei ist sie dann vorbeigekommen also man muss man muss dazu sagen wir sind wir sind also weit bevor ich verheiratet war oder überhaupt irgendwie nur den gedanken an sesshaftigkeit verschwendet habe ja und wir waren ein freund von mir hat so hochzeit gefeiert und wir waren dann dort und so mit den ganzen kumpels aus früher zu einer jugend also schon die clique so seit fünf sechs jahre oder seit man halt in der region erlebt damals im bruchkürbel und dann haben wir da so das waren dann alles mehr oder weniger freunde und also alteingesessene freunde und so ein kram und die hat zu einem teil gehört der nicht dazugehört habe und ja wir haben dann abends weißwein getrunken und dann sagte ich so zum kumpel ey nachher aber wir die zweite flasche leer haben dann gehen wir auf die bühne und singen stand by beef ist brautpaar oder ja ja klar machen wir und in dem moment kommt der alleinunterhalter vorbei der an dem abend musik gemacht hat mit seinem keyword und sagte alles klar wir sehen uns später und ich so ja und dachte nur so hättest du mal die fresse gehalten ja und dann sind wir halt nach der flasche weißwein sind wir dann auf die bühne haben gesungen und haben uns zum kasper gemacht hat das thema hat mir schon oft weil es ist ja keine gelegenheit aus nee genau und ich fand stand bei mir war der einzige song den ich da mal so einigermaßen konnte ja war cool und dann fand die so gut ja ja das fand die irgendwie total beeindruckend dass sich da einer so extrovertiert gibt und ja ist dann irgendwie zwei tage später riefst du an ob es mal vorbeikommen könnte ich meine single bude ja klar kannst du vorbeikommen warte kurz hast du dir in dem moment schon gedacht oh was will die jetzt ja das war mir klar ja das war das war jetzt nichts von einem abend wir sind ja öfters zusammen weggegangen und da hast du irgendwie immer so gemerkt sie guckt dann immer ein bisschen länger einen an unseren kram dann hast du schon gedacht okay und und die war jetzt verheiratet und dann kommen die war einfach nur mit ihm zusammen das war damals das war so achso das war nicht 18 20 nein nicht vom kumpel die geheiratet hat ach du scheiße entschuldigung ist ja völlig in falschen hals gegangen auch eine die da eine freundin von der brauche ja ja okay okay ja und dann warst du da jetzt jetzt musst du natürlich raushängen lassen warst du jetzt da gar nichts ich habe gesagt nein ich habe gesagt weiß seid ihr nicht gut oder was oder also habt ihr stress miteinander oder wart ihr sowieso euch vorm trennen oder was ist los ich weiß nichts davon sage ja gut alles klar vielen dank fahr mal lieber nach hause hast du ihm das erzählt nein ich habe ihr gesagt dass wenn sie jetzt so leicht wie sagen wir leicht physisch oder leicht fertig sagt oh da ist der andere der glänzt ja dann da habe ich gesagt dann passiert das nächste jahr doch mal bei mir also das bringt mir ja nicht weiter was willst du mit jemand der das weiß ich nicht dass wir hatten nicht so viel kontakt ich glaube das war auch kurz danach bin ich nach frankfurt gezogen und da hatte ich ich habe sämtlichen kontakt abgebrochen mit ein paar halt eingesessenen also omme ist so jemand ja mit dem dem das so eine der übrig gebliebenen mit denen ich kontakt hatte und mit dem rest habe ich so abgebrochen weil ich dachte mir das ist auch so ein guter indikator ob leute interesse an ihm haben besser also wenn du wirklich freund bist dann meldst du dich auch danach noch mal was oder quatschst also viele die ich da nicht zurückgelassen habe aber die ich einfach ausgeblendet habe also ich bin da auch sehr pragmatisch in sowas weißt du verstehe also je nachdem ob es einem was liegt weil es dann wenn man sich glaube ich trennt und nichts sagt also wenn man irgendwie wenn wenn man sowieso das gefühl hat dass es nichts bringt oder dass man da keinen bock mehr drauf hat wenn ich auch eher jemand der sagt ja vielen dank das war's dann also dann halte ich mache ich lieber totmann weißt du oder immer das gibt doch ein wort dafür jemand ghosten glaube ich heißt das also das ist ja okay genau bin ich glaube ich eher der typ dann sagt okay dann ja so erinnern wir uns mal also ohne büßes blut und ohne man manchmal das gefühl das bringt nichts weil derjenige halt so drauf ist oder diejenige ja so wie sie ist und dann macht wenn er selber wenn man selber merkt es hat keinen wert und ich finde ich auch irgendwie nur ehrlich es ist zwar manchmal radikal jemand so abzusägen in dem sinne aber wenn eine wirklich interesse hat dann dann probiert er das auch was dann kommt geht der eine auf den anderen zu und wenn nicht dann nicht und das bedeutet ja nicht dass man nie wieder miteinander spricht aber ich glaube es gibt ganz wenige leute mit denen ich nicht noch mal reden würde also ne natürlich ja die frage ist dann was ist das für ein sprich erst der sonntet wird ja er denn so ein small talk ich finde eine freundschaft oder ein kontakt nennen wir es mal ganz weitläufig muss ja nicht immer eine innige freundschaft sein also ich glaube dass eine freundschaft das überdauert sowas besser also dass das freund doch hält also dass man sich auch über jahre vielleicht nicht spricht und dann trifft man sich wieder und alles ist grün ohne jetzt besonders innig zu sein aber man 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 ist irgendwie neutral weißt du so dazwischen ja das kann eine freundschaft meines achtens gut und für den rest ist es auch nicht wert finde ich also ich würde es noch nicht mal werten sondern einfach nur ob also für mich ist immer so im leben ob das vielleicht ein bisschen egoistisch ist ich habe dann zu dem kontakt wo ich also wo ich halt lust habe in dem moment also ohne jetzt irgendwie einen wert rauszuziehen ist jetzt nicht so dass ich dann den den automechaniker als kontakt habe weil der mir mal das auto repariert oder den ne richtig kommt vom möbelhaus weil der schnell mal umziehen kann oder besser was ich meine also ja schon also ich das das denn das ist ja eine richtige freundschaft sozusagen dass also das ist ja das interesse miteinander und den spaß haben und ne aufeinander sozusagen eingehen aber nur weil die irgendjemand mal bei irgendwas geholfen hat oder sowas oder dich nett findet sag ich jetzt mal aber du hat keine freundschaftlichen gefühle entwickeln kannst weil er hat für dich nicht interessant ist so funktioniert zeit das ist ja jetzt quasi ganz normal dass sich sowas dann auch über die zeit entwickelt also wer ist jetzt ein freund und wenn ich ich hatte mein vater hat früher gesagt äh junge kommt bald wieder ne ich habe gesagt vater warum hast du eigentlich so wenig freunde so und er sagt ja das ist leider die zeit man lebt sich sozusagen auseinander auch stellenweise selbst wenn man noch im gleichen ort wohnt und oder so das ist ganz normal und habe zu meinem vater sagt du spinnst das ist nicht das ist das wird mir nicht passieren weißt du also ich habe gesagt ich konnte mir das in dem moment nicht vorstellen dass mein freundeskreis selbst wenn wir das dass sich das auflöst sozusagen ja und es ist aber passiert genau genau so also dass das ist einfach irgendwann denkst du der der kumpel mit dem du sagst jetzt mal früher noch auf 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 jeder fete doch richtig ihn gehoben hast oder weiß ich nicht auch viel scheiße durch durch also erst gemacht hast durch mal die er verzapft hat also ja ausschließlich ja ja ausschließlich und wo er dir dann auch so beistehend standen hat oder andersrum wo ich heute sage ja also der typ der ist halt da kann ich jetzt auch nicht mehr viel mit anfangen halt so das wäre auch kein ist auch kein richtiges gespräch das hat so lapidar an der oberfläche gekratzt und irgendwie match steht halt nicht mehr und dann ist das halt so ne ich glaube man entwickelt dufter dufter typ und das ist ja so und deswegen bin ich ihm trotzdem dankbar für alles aber das hat den haben wir aktuell nicht viel kontakt so das ist ja auch schwierig ich glaube wenn man jetzt weg zieht und dann noch familienvater ist und solche dinge also alles die dann ist das ja auch alles unheimlich anstrengend und das ist ja nicht deine große liebe sondern es ist ja dein kumpel und der kann halt auch woanders leben ja sehr wie so eine fernmedizinung funktioniert ja trotzdem ja das stimmt also ich weiß nicht ich habe schon ich hatte schon immer mal in der vergangenheit habe ich mich irgendwo bei facebook angemeldet weil sie spannend fand irgendwie alte leute aus der alten zeit so grundschule und realschule und wo ich unterwegs war wieder zu treffen und wenn man so manchmal so zurückdenkt dann merkt man erstmal mit wieviel leuten man schon kontakt hat die auch echt gut drauf fahren aber man hat das irgendwie verteilt sich ja also ja ja genau verteilt sich so eine epochen ja und vor allem man muss auch sagen bei facebook war das damals so dass im endeffekt die ganzen ich sage mal die coolen kids die hatten alle nur einen account haben aber nichts geschrieben oder mitgeteilt großartig oder so kann man es auch nicht sagen nicht jeder aber der größte teil war sehr inaktiv darauf weil wahrscheinlich facebook schon längst tot war zu dem zeitpunkt oder weil die leute erkannt haben was das für ein trash ist weil die meist aktiven haben ja irgendwelche facebook bildchen geteilt mit einem lustigen spruch drauf oder mit einem weisen spruch oder so ein kram und das ist auch so ein ding was mir heutzutage tierisch auf den sack geht wenn mir irgendein so ein kalenderspruch weißt du manchmal ist also mein ich habe so ein paar spezialisten in meinem wort kriegst du whatsapp gruppen kriegst du irgendwie von dem so eine pn mit so einem lustigen scherz also ah nee da bin ich auch rigoros ne also dann sage ich dem auch schon beim zweiten zweiten angriff eines weisheitsbildchens sage ich du brauchst du mir nicht mehr schicken oder ich blockiere dich ich bin da ich bin da rigoros ne ich kann das nicht leiden und dann äh das ist auch selten was gutes dabei also weißt du wo man wirklich sagen würde ja genau das sind halt so tag tagesweisheiten das ist wie der bauer wenn der harngrätofen misst ändert sich das wetter oder bleibt wie es ist das so eine weisheiten sind das brauche ich halt auch nicht äh ja du kannst ja ein schönes bild und da drunter steht ein schöner spruch von wegen sei immer du selbst alles was offen war du passt weißt du und sagst du hier voll in die erfolgskäste hatten so viel podcast hier die nennen sich jetzt die dudes die beiden die haben noch die hatten vor den wandtutu spruch der woche ja also die haben uns irgend so ein wandtutu spruch rausgerufen ach so genommen und haben darüber diskutiert der konzert müssten wir auch mal einführen das ist nicht gerade manntutu aber irgendwie wir hatten mal das wörterbuch ne was war das das deutsche wort der woche ja das deutsche wort der woche genau das war bei dem anderen verein früher in brandenburg was mal was immer das gleiche wort gewesen ja ja es hat mir gedauert ich werde es aber nicht sagen ja ich habe ich habe nur gewartet auf jetzt irgendwas dummes sagt nachher wieder schneiden müssen und uns entschuldigen bei den zuhörern auf keinen fall ja ja diese facebook sprüche auch gott meine frau schickt mir auch manchmal so war es so ein familien ding der nummer weißt du so und dann schreibe ich so na wieder facebook ja kannst du das sagen ohne dass er hart beleidigt ist oder du siehst du das warst du dann an ehrlichkeiten auspackt war das jetzt nicht genau war das jetzt beleidigend hast du das du weißt nein ich kenne auch was ich selber verheiratet und du weißt und dinge ablehnst mir tut das immer wahnsinnig leid ich mag zum beispiel ich persönlich mag überhaupt nicht über die arbeit sprechen dass wenn ich zu hause privat bin will ich überhaupt nichts von der arbeit hören und ich glaube ich merke es bei meiner frau die halt recht häufig erzählt und ich kann auch verstehen dass man das weil das einen bewegt und das will man dann loswerden ich verstehe die hintergründe warum man dazu hören müsste das ich kann ja nicht sagen doch toll erzähl mal verstehst du was ich meine also man ja natürlich ein stück weiter du bist dann rigoros und hörst dir das auch nicht an ich sage ich bin arbeit zu erzählen hören wir morgen früh nicht auf weil es gibt viele dinge mich auch abfacken aber ich will mich nicht abgefuckten dingen in meiner freizeit beschäftigen aber ist aber klar von der seele reden genau das wollte ich damit sagen und das ist ja beim ehepartner noch oder dabei allgemein bei dem partner das wohl das wichtigste dass du dem der situation hörst wenn er das sagen möchte ja alles klar ich weiß das aber es nervt mich trotzdem tierisch weiß was ich meine ist es ist doch das ist doch ätzende situation und ich muss auch sagen bei mir kommt dann immer so durch ich will ihn ich will meine frau beschützen ist ich will dann die richtigen worte nutzen bei dem da gegenüber der der mit ihr vielleicht im konflikt war verbal ja lass mich mal ins meeting mitkommen ich will mal auch mal diskutieren mit einer chefin weißt du so eine situation so situationen sind dann da und das ist der grund warum ich mir das ungern anhöre weil ich weil ich selber ein sehr selbstbewusster und vielleicht auch schlagfertiger mensch in dieser situation bin und dann immer den anderen irgendwie davor bewahren dass er stress auf arbeit hat aber das geht halt manchmal nicht kann man nicht nee richtig also ich bin auch so ein typisch ich erzähle quasi nicht von der arbeit außer es ist so schlimm ja genau wenn du es so geärgert habe an einem tag oder so aber nicht ob der hans unpünktlich ist oder die susi nicht die arbeit macht diese machen soll also das das kann man halt adaptieren meist ist meine antwort ja das ist so meine antwort wenn sie fragt und wie war arbeit ja aus dem auto das ist auch also ich habe mir auch geschworen auch vor 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 wann war das also wenn im prinzip als ich das erste mal chef so einer vier jahre wurde vor paar jahren also paar jahrzehnten oha vor zehn jahren im endeffekt schon lange her hast du gerade festgestellt dass es lange her ist ja genau zehn jahre und da hat mir gesagt nee also das macht keinen sinn nach feierabend noch darüber nachzudenken weil ich es eh nicht ändern kann dann sowieso nicht ja und erst wieder die situation kommen muss also also quasi erst am nächsten tag oder am nächsten arbeitstag da dann bin ich wieder da und da denken wir dann wieder drüber nach weil sonst machst du dich auch platt du machst dich auch fertig ja genau du denkst dir ganz dann kannst du mir vielleicht von mir aus nicht einschlafen weil du nicht auf eine lösung kommst und 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 nee das kann ich ja man muss halt überlegen dass dann dem partner das vielleicht gut tut wenn er das in dem moment erzählen kann so dass er das weiß genau und ich kann halt immer nur sagen ja keine ahnung bleib ruhig und hör dir das an weißt du also das ist also wenn du dich davon brauchte die musste loswerden weil sie macht das auch haarkleinheit so und dann wie du schon sagst da kam der müller zu spät das ist drei uhr fünfzehn drei uhr fünfundfünfzig waren dann folgen das so im endeffekt ne also wirklich von hunderts auf tausend noch noch den den die holt noch mal aus um den umstand zu erklären die in der sie sich recht gleich befinden wird so und das mache ich ja auch also das ist ja ein teil davon ja ja mir gegenüber also ich hole ja auch oft sehr weit aus und unnötig weit aus und vergisst ja vergisst den fokus aber so zocke ich ja auch ja warte mal aus wollte ich bauen ja mach noch mal genau was wollte ich nur machen ja das ist schon schwierig also dem ich glaube das zuhören ist ein ding manchmal brauchen die aber auch ein rad also bestell ich bei meiner frau oft fest wir können jetzt übrigens ne ist ganz wichtig wir reden jetzt nicht allgemein über frauen sondern unserem fall ist halt der partner so genau und also es ist jetzt nicht allgemein alle frauen sind so oder so nicht das sind jetzt irgendwie so und 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 meine frau braucht halt dann auch die möchte gerne wissen wie hätte ich mich verhalten in dieser situation oder was würde was halte ich davon ich glaube aber dass das ausnahmsweise weil ich glaube in den meisten fällen habe jetzt mann frau partner oder freund freundin ist ja immer nur der moment dass man das mal erklären will und ich kann halt immer sagen ich wünsche dann immer den leuten mehr ruhe weißt du beim zuhören ohne den anderen irgendwie abzufacken aber es fällt halt schwer man kennt das ja selber ist in der diskussion mit einem kollegen und kannst du gerade eine reinschlagen oder den scheiß nicht kapiert den du da gerade verzapfen willst besser oder verzapfen aber ja das ist schon wichtig aber ich denke mal das wichtigste ist dass man beim partner zuhört weil im endeffekt sind die alle kollegen und der rest außer der außerhalb von der beziehung ja unwichtig oder sollten unwichtig sein außer der partner macht halt verdammt also wasser macht richtig bock messer muss man dem ist natürlich auch sagen aber zuhören können ist glaube ich was was man was man bringen müsste aber nichtsdestotrotz darf ich ja trotzdem äußern dass ich kein mensch bin der sowas hören möchte besser und das finde ich muss man auch der partner akzeptieren ja irgendwie muss man auch einen konsens finden naja aber es ist schon ist schon interessant dass das so ähnlich abläuft aber wahrscheinlich jetzt der nächste sagt das ist ja stereotyp der mann will nicht reden und die frau ist detailliert aus ausdiskutieren ja oder die erzählen zumindest ja wie gesagt bei mir ist das größte problem dass ich immer denke boah jetzt muss ich da irgendwie in die bresche springen weißt du und die situation ja genau ja da gibt es hat gab es halt viele situationen gerade dieses im letztes jahr wo ich dachte also du musst doch einfach mal den gegenüber eine fresse schlagen verbal da muss man kann es ja nicht kann es ja nicht gefallen lassen stellen also da musst du doch auch mal ein bisschen auf den tisch kacken also als stangen rinnen und sagen der igel wohnt jetzt auch hier fällt mir jetzt gerade nur so kannst du machen wenn du letzten tag hast oder im lotto gewonnen vorher haben kannst du ja weiß ich nicht also da muss man stellenweise musst du sich sachen anhören oder weißt du wurde wo ich einfach durchgedreht in dem moment hätte ich den allen vogel gezeigt und da wären wir wieder bei dem beginn des podcast was wäre wenn ja ja was wäre passiert aber ich bin der festen überzeugung dass du auch mit manchen leuten je nachdem wie du auftrittst der andere gar nicht mit der so reden würde weil er weiß dass das nicht kann also kann er schon aber wird da doof richtig richtig ist absolut richtig ja also ich glaube dass das auch jemand der sich entsprechend devot verhält dann entsprechend von solchen leuten die einfach arschlöcher sind auch entsprechend dann angemacht wird also genau die ziehen da ihre kraft raus ja ich jetzt mal ja die wissen ganz genau bei dem machen bei dem gibt es so diesen sind wir wieder im facebook mit dem ist alles scheiße und links und empfen und dann kommt auf der typ sagt ja können wir alles ändern ja wie können wir machen dass wir besser jetzt nee nee aber wir können machen das anderen noch schlechter geht ja so haben wir das auch haben wir das ist noch jemand der zuhört irgendwie so ich guck ich glaube hier hinten sitzen noch zwei noch ein schlechtes thema kommen nur mal kurz noch mal auch in folge 103 die politische standbein zu erklären in drei tagen wird der battlefield teaser released ich bin so ist der heißt ja 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 natürlich irgendwann gab es das letzte geile battlefield dieses halbgare unverdauliche da ich kann mich erinnern haben wir fragen ich muss aber noch mal sagen battlefield 3 war aktuell battlefield 4 kam raus die leute so klasse combat metro spiel doch keiner was wird denn heutzutage nur noch gespielt nur noch metro nur noch die karte die er da an der beta gehasst hat 1000 punkten pro seite ja weil 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 da oben in der u-bahn kann ein bisschen dauern einfach einfach mal sinnlos 5000 munition verschossen genau metro ist im app gewesen absolut auf jeden fall ich bock und dann kam ja eins das war mechanisch also grafisch neu spielmechanisch so mehr sah ganz cool aus mit dem war das bewussten sturm jetzt war erster weltkrieg die epoche ist schwierig finde ich also gerade also fühlen für ein spiel um spiel zu machen was lange fesselt weil du halt sachen freischalten kannst aber die hatten halt nicht viel und da haben sie ja auch viel schon rausgenommen als sag mal aus das sind ja das ist ja mitunter sind das ja so so projekt waffen die es gar nicht gibt oder gab sondern ja die wurden mal gebaut sollte mal was werden wurde aber nie so davon haben sie ja ganz viel ich finde ich finde es war zwar interessant aber das war spielerisch schwierig 2 war auch so ein thema das war schon besser aber hat sich gut angefühlt deswegen freue ich mich jetzt auf was modernes und es scheint ja so eine nahe zukunft zu sein das heißt es kommt auch ein bisschen science fiction mit rein also in form wahrscheinlich von drohnen oder so ein kram drohnen so roboter hunde habe ich gehört und alles ist kostet also alles hat richtig ich finde jetzt kein deutsches wort veränderungswerte customization von waffen ist ist wohl ein großes thema und ja gut es bieten ja viele spiele schon seit jahren warum nicht da also wenn man in die alte teile denkt da war es ja visiere damit also ich denke das level von 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 call of duty soll das schon erreichen aber battlefield definitiv also ich wünsche mir halt wieder diese großen schlachten also nicht close combat ist gut also wasser so dieses dieses call of duty prinzip finde ich gar nicht immer mal was genau kann man mal machen aber eigentlich ist geht es schon um den großen kampf mit panzer und schraubern der der ingenieur muss hinter dem panzer sich bewegen und nach reparieren werden vorne er noch rotz und denkst du noch siehst nur noch die energie ticken was du denkst kriegst das scheiß ding nachgeheilt so eine only in battlefield genau das ist diese das ist einfach zu zu geil als sie angefangen haben damals die jeeps mit tnt zu bepacken und haben die dann ausgeschickt und haben die als suicide cars genommen das war so auch auch zukunfts battlefield hat unheimlich viel spaß gemacht der titan modus hat mir letztes mal ja schon drüber gesprochen ich hoffe einfach dass es cool wird ich hoffe echt es geht mir nicht irgendwie weil die haben ja sehr viele sympathie punkte in den vergangenen jahren für mich persönlich eingebüßt ja zu recht eingebüßt ja zu recht eingebüßt und und eigentlich nicht das geliefert was ich heutzutage erwarte und eigentlich wenn ich jetzt ganz ehrlich bin fällt mir kein spiel ein was in den letzten jahren gut war von mir aus ist ein apex legends noch recht erfolgreich aktuell aber ansonsten war das doch also schon eine ganze weile gar nichts bis sogar unterirdisch wegen äh monetarisierungs modell und 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 hier weiß ich äh star wars battlefront mit pay to win charakter und so eine geschichte also nur damit zahlt geld das geht halt nur ums geld und das das schmeckt man bei der firma einfach ungemein ist auch nicht schlimm wenn ich mir ein battlefield kaufen muss und ich kriege von mir ja wenn ich das jetzt sage weißt du so ist mir egal ja ich habe trotzdem bock auf das spiel war battlefield einfach so ein gewisses extra ja ich kann es unbedingt ausprobieren unbedingt wie seine hände halten also so wenn das so stimmt was ich so an gerüchten gehört habe dann kann das schon richtig richtig geil werden ja vor allem wenn man mitkriegt wie sich jetzt shooter allgemein entwickelt haben also ne also jetzt sound hübsch hübsch da brauchen sie gar nichts drauf liegen also auf gar keinen fall er sogar runter damit die performance besser wird oder so weil so ich was habe ich letztens angemacht das war glaube ich in battlefield 5 habe ich mal wieder angemacht aber für für zehn minuten oder so und da ich mir dachte okay warum hast du das runter aber es ist halt hübsch wie sau es ist halt wirklich schön schön grafik aber gameplay oder oder mich hat mich hat mich hat trotzdem eher so mehr ja ja also auf jeden fall wenn es kommt man wann soll das ende des jahres wahrscheinlich wieder nach dem herbst ne ich denke dass sie den weihnachtsschäft mitnehmen also ist so ist das gerücht dass sie noch vor weihnachten rauskommt damit sie das weihnachtsschäft mitnehmen also muss man von dieses ende diesen jahres sag mal drei monate vom ersten teaser bis naja vier monate vom ersten teaser bis dings das haut schon hin war bei dem triple a titel ich meine ja das war immer so im sommer rum wurde es vorgestellt also war ja meistens e3 zeit war ja so die die zeit wo die ich ganz neuen spiele vorgestellt worden sind die kommt ja jetzt ich glaube die war ja immer juni juli ich glaube august war dann die anderen messen oder weiß ich nicht mehr weiß ich auch nicht mehr ist ja egal weißt du noch als noch messen gab habe ich nie mich drum drum geschert so ganz ehrlich die also für mich war es immer nur eine möglichkeit um kontakte zu knüpfen aber muss ich auch sagen das kannst du so per mail viel besser also klar triffst du manchmal ein wicklerstudios so gerade im pressebereich damals die du sonst gar nicht so erreicht oder die halt auch in dem boost der mails nicht antworten das hast du auch kann leider ganz oft es war für mich damals als ich noch kleiner war auf allen dingen war es immer noch kontakte halt besser da haben uns mit ubisoft und nicht bis oft ubisoft natürlich auch aber zum beispiel bei die dalik oder so weiter weißt du das immer sehr familiär wo auch an die def kennengelernt haben dann bei den ersten präsentationen von journey home und solche sachen das sind ja alles solche kontakte die da auch dann mal persönlich und siehst die leute und kannst hallo sagen und und da sind ganz tolle leute dabei also die man so kennenlernen dürfte jetzt ob sie jetzt erfolgreiche spiele machen dann im nachgang unabhängig davon aber diese leute kennenlernen zu können das kannst du per mail nicht da kannst du jemanden in die augen gucken und hallo sagen oder sympathisch sein und abends auf dem entwickler treffen wie einen trinken weißt und sich kennenlernen aber gerade die in die leute hier die in die strollte sind ja auch sind ja auch die hardcore feierer da würden wir bei wahrscheinlich gar nicht mehr mithalten ja mittlerweile wobei wenn die lampe erst mal anders dann glüht die auch eine ganze weile also ich bin mir wisst nicht ich wisst nicht mehr wie wie mein mein party löwen inneres wie das wie das wie schlimm das verkümmert ist ja vielleicht nächstes jahr auf dem meck ja erfurt ist eine schöne stadt erfurt ist eine schöne stadt ja finde ich allgemein echt geil leicht bergig mit dem messgelände oben mir hat so sehr gefallen bis sie viel action in den stadt also wenn du dann ein hotel näher darauf zentrum hat auf zentrum hätte ich beinahe gesagt stadtzentrum hast da kriegst du da noch einiges mit echt ja da ist auch nicht was los abends also war los muss man so sagen ja ja battlefield definitiv mal gucken ich bin sehr gespannt aber jetzt steht erst mal an in zehn tagen vielleicht auch zwei drei tage früher keine ahnung wenn es erleben starbase stimmt 16 17 war das ja 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 stimmt haben wir schon im ersten podcast drüber geredet mal gucken das soll ja relativ teuer werden weißt du das also echt das ist auch sowas was mich was schwierig sein könnte sie haben was von 40 dollar haben sie gesprochen ich meine ja ich kann jetzt noch mal gucken nicht aber das war so der warum denn das ist nicht 40 dollar ist hart ich gucke mal auf denen im discord aber ich meine starbase aber ist irgendwo war das es gab so und ja genau game price um die 40 dollar also knapp 35 euro ja so schätze ich mal minus ding schon stolze preis man weiß ja auch gar nicht was man dafür bekommt ich meine gut die sind kein kleiner entwickler aber trotzdem das also das ist auf jeden fall das ding dass du genau gar nicht weißt was du dafür was du kriegst dafür so gegenwärts haben ja bisher noch nichts auch gesehen ich meine klar so ein bisschen gameplay ein bisschen bauen fliegen hat man alles gesehen aber das wichtig ist ja wie das miteinander verbunden ist und wie das ineinander übergreift ne und das hat man ja bisher noch gar nicht gesehen und wie groß ist es überhaupt reden wir von einem planeten und ein paar die eckdaten fehlen man sieht nur man sieht nur so modell als würde man noch mal ein space engineers neu auflegen hast schon recht ja genau und aber ja gut wahrscheinlich gibt es schon mehr informationen wenn man sich auf dem discord mal einlesen würde da gibt ja schon unheimlich viele infos zu aber ich denke dass das abwarten einfach also ich werde es mir definitiv holen egal ob promo key oder nicht promo key das mittlerweile muss ich sagen ist mir das auch wurscht weil macht für mich auch keinen unterschied weiß ich freue mich natürlich wenn es mal ein spiel umsonst gibt oder dass man ein bisschen früher ran kann aber wenn man bock auf spiele hat sollte man sie kaufen und wenn das spiel hat kernschrott ist dann muss man halt sagen okay schade und sagt ja gut wird ja über steam laufen ja ja also könnte man derzeit sieht es aus ja klar wenn es jetzt richtig nichts bietet ich meine jetzt 40 dollar oder auch 30 euro nehmen wir mal an was es glaube ich nicht sein wird etwas darüber muss natürlich auch entsprechend gegenwert bieten da bin ich auch nicht mehr bereit für early access irgendwie drauf zu legen also dann muss mich das spielsystem schon richtig hart kicken also richtig wir hatten ja wir hatten ja die die ich weiß nicht ob wir letztes mal schon darüber gesprochen haben wir haben ja elite zusammengespielt und das hat ja dann am ende auch nicht so richtig hart gekickt war zwar solo echt ein witziges ding aber multiplayer leider das hat es nicht wirklich rausgerissen ne multiplayer war leider nicht so gut ja das ist noch viel zu das war noch viel zu clunky mit nicht funktioniert nicht und auch zu umständlich leider also viel zu umständlich weißt du was andere spiele mit einem klick lösen musst du da erstmal über mehrere menüs rausfinden und das zeigt dir auch nichts das hat mehr das thema dann haben wir american truck simulator gespielt wie angekündigt ja ja das war auch ganz gut das lief zumindest perfekt technisch da war jetzt kein desing kein funk oder irgendwas muss man wirklich sagen man muss hier haben sie gut hinbekommen ich würde ganz gerne generation zero noch mal weiterspielen vielleicht irgendwie am mittwoch eventuell ja noch mal ein bisschen rein weil da wissen wir dass es gut ist und da habe ich auch bock diese geschichte weiter zu verfolgen ja wo haben wir mal ein steng genau da hätte ich mal bock wieder was solides zu spielen wo man auch weiß der 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 simulator hier der dinks wie heißt der american truck simulator war halt auch ein bisschen deshalb da passiert ja nicht viel ne also fährst halt die ganze zeit gerade aus und vielleicht also was für so ein stream ja witzig macht ist ja wenn es irgendwie was schief geht oder sowas vielleicht kann man da options mäßig noch was ändern aber wir trinken ja vorher ein vom stream und dann oder so halt alkohol also auch schön im stream dann zu vermitteln dass man ruhig dann seufzig ans steuer setzt hat ja ein gewisser vorbild wir müssen es ja nicht sagen die leute sehen es ja schon naja nee das das muss auch die situation bringen und dann muss das auch entsprechend gut drauf sein um daraus was zu machen habe ich schon gemerkt das war aber gut als ich bin immer wieder begeistert wie gut multiplayer funktionieren kann ohne großartig die sings ohne es ist ja irgendwelche es gab ja kein bedienfehler gar nichts die für alles gut also dieses wäre noch irgendwie schön wenn man für eine firma arbeiten würde also das ungemordet ich will nicht mit mord spielen habe ich gar kein bot drauf also mords in form von externe tools einsetzen um so eine gemeinsame firma zu leiten das finde ich irgendwie quatsch dieses konvoi macht es gerade so witzig weil man halt sagt pass auf die nächsten kreuzung da geht es kaum um die kurve weißt du oder da bleibt der kollege hängen oder du kriegst das halt live mit was da passiert und das macht es glaube ich dann aus in dem moment gerade dieses ich habe tatsächlich noch mal jetzt bevor arg rauskam hatte ich noch mal so ein genau um arg zu installieren habe ich noch mal bin ich noch mal trucks monitor gefahren habe mir so eine 19 stunden fahrt rausgenommen weißt du womit übernachtung denn sogar aber da bist du dann auch wirklich eine stunde bei also locker locker bist du eine stunde bei da zu fahren und dann zwischendurch wirst du halt nicht wo kannst du jetzt pennen dann muss ich den 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 anhänger irgendwo abgestellt dann bin ich zu dem motel gefahren konnte dann tatsächlich da übernachten habe dann wieder den anhänger genommen und bin dann wieder weiter gefahren ja aber es ist halt sehr ermüdend das ist wirklich weil du ja wirklich acht auf die straße und irgendwann kannst du halt wieder abfahren ja definitiv das ist halt schon schon arbeit die da haben wo ich dran gespannt bin ist hofbergmann neue version rausgekommen am wochenende gestern auf jeden fall interessant was hier neues gemacht haben die karte ein bisschen verändert also der landwirtschaftssimulator noch mal die die map vom hofbergmann noch mal entsprechend poliert was er so mit mit neuen ansichten mit verschiedenen funktionen die noch dazu gekommen sind die maps ein bisschen geändert ich glaube das wird ganz interessant werden und ich finde man sollte man ein paar werkzeuge ausprobieren weißt du ja also das problem ist bei dem spiel du kommst ja zu nichts wenn du da irgendwie ein oder zwei aufträge machst da kannst du den hänger für leisten ja genau ich meine viele spielen ist halt also wir spielen es ja noch so dass wir das auch alles selber machen sinn macht es erst sozusagen wenn man wahrscheinlich so wird ab spielen also mit 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 angestellten die macht der macht das fällt der macht das fällt und 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 du switch da hin und her keine ahnung was du denn dann für eine aufgabe übernimmst oder so oder oder viel viel mehr so dass wir unser eigenes zeug anpflanzen und damit verdienen wir dann eher geld weil wir müssen darauf achten was ist gerade was wert und so aber du hast schon recht also die von den drei aufträgen die wir denn in so einem in an so einem stream machen da kannst du ja nichts von kaufen das ist ja viel zu wenig und wenn wenn es was wert ist dann dauert das so lange also dann ist es wieder mähen wenden in allen packen und dann abtransportieren wo du dann wirklich auch eine arbeitsroutine haben musst ja definitiv bin trotzdem gespannt ich werde wir kommen zu vieles jetzt also wie gesagt noch knapp zehn tage ich glaube nicht wenn wir darüber sprechen und dann werden wir berichten können wie starbase geworden ist weil mittlerweile auch schon zwei jahre her dass wir da darüber gesprochen haben das erste mal jetzt sind es bald zwei jahre genau nächste folge sind zwei jahre und jetzt kommt starbase so perfekt genau zu der folge wo wir ja ich glaube wir haben nicht in der ersten folge darüber gesprochen aber kurz danach das war in den nächsten folgen war so ein thema wirklich nicht ich werde doch immer gern zu ach so folge 16 ja stimmt ja nee ich finde eine gewisse konstante im multiplayer oder im gemeinsamen spielen brauchen wir da schon ich habe mir letztens mir irgendwas eingefallen wo ich wo ich sagte das könnte man zusammen spielen also wo wir wo wir weißt du in dieser dieser vierkonstellation die wir bis jetzt hatten also wohnhof bergmann gemacht haben oder zuvor auch welheim dass man da noch was ich finde da muss man noch eine alternative finden das wäre wie cool ja also irgendein spiel was was jeden irgendwie glücklich macht vom spielerischen aber aber wo noch ein bisschen mehr passiert oder wo weiß ich nicht wo der ertrag anders ist oder keine ahnung welheim war schon echt cool muss man schon sagen also für dieses bauen und abenteuer haben war das schon echt ideal welheim war ein schönes ding ja ich meine jetzt kam der arg der jetzt hier raus nur damit ich das auch abschließen kann damit ich dir gesagt wir wissen alle dass er das arg nicht mag oder ist nicht sein einfach in der tat er hat es probiert so mehr kann man nicht sagen nee ich hätte für ein paar streams bock und danach hätte ich keinen bock mehr weil es mir dann doch wieder ich habe das auch beim stream zu gucken gemerkt dass doch wieder das ist halt das ist eine andere karte die wunderschön ist also die wirklich nur mal jetzt um die letzte genesis teil war halt einfach schrott blöd gemacht und dieser ist mal wirklich gut schön durchdachte map wenig dungeons was schade ist also so frag noch früher gab es halt so richtig so höhlen wo man rein konnte und dann ist war da noch mal so eine art boss gegner oder sowas und sowas hat die jetzt bisher noch nicht ja sie verzeiht noch keine gefunden oder oder so und dann ist das aufgebaut ist wie ein raumschiff nur dass ich kurz erkläre also ein raumschiff wie man das aus den filmen kennt die so ein zentrifuge die sich dreht und da ist dann so die landschaft sozusagen drin in der du dich bewegen kannst und dann kannst du halt in in das nächste abteil musst aber durch den weltraum durch was gut gemacht ist musst du durch und dann bist du in so einem versäuchten schwerelos schwerelosigkeit wegen ja gut da gibt es denn astro delphine also so ne ist okay astro delphine ja ja aha es sind halt weltraum delphine also er kennt sie nicht ja klar du musst sie nicht kennen das ist nicht der punkt das ist noch drachen in dem spiel also hör auf jetzt ja nein nein das klingt nur irgendwie abstrakt aber ja klar warum nicht abstrakt schwimmen da dann rum die leben da ich weiß nicht was die essen oder wie die atmen aber ja auch genau so und dann kommst du in das nächste bio also nicht biomen sondern er in das nächste abteil das verseucht ist und überall also haben sie sich mal wirklich auch gedanken macht wie könnten pflanzen aussehen die so verseucht sind und so weiter sieht sehr sehr skurril aus sehr farbgewaltig sehr bei nacht richtig cool weil manche fahrer manche manche pflanzen dünsten so eine art wie ja dünsten halt so eine art rauch aus nach unten hin der rot oder blau leuchtet und so das sieht schon geil aus kann man nicht anders sagen so und ist auch wieder sehr schwer und mich hat es gerade also mich hat so ein bisschen und wird erstmal ein bisschen arg auf jeden fall also für den stream definitiv mitnehmen aber auch ein bisschen privat spielen noch weil es halt auch für mich so eine art welheim ersetzt ist also es kann natürlich erst arg dann welheim aber es hat vom vom spielprinzip ist es halt so dass man viel zeit investieren kann um und immer was schönes sieht man hat immer was zu tun und so und das ist genau das was ich total mag an dem spiel wenn mich das richtig auch sachen was zu tun hast ja genau wo man denn auch fortschritt zieht weil zum beispiel bei einem drug simulator siehst du halt nur das geld als als fortschritt in dem absolut ja oder oder bei einem bei einem farming simulator ist genau das gleiche also da finde ich da machst du ja schon was das ist ja wie ein feld bestellt oder nicht bestellt ist oder gewachsen ja da ist es schon etwas mehr das stimmt ja ich sag ja was finden was bock hat also ich habe jetzt ich werde auf jeden fall nächste woche werde ich mal in das neue minecraft reingucken da soll ja in version 117 kommen mit clips and caves heißt das update eines der größten updates die sie jetzt haben das sah sehr interessant aus mit riesigen höhlen also so ein bisschen mit der nether also unten die veneta ist ja auch so mehr tropfsteinhöhlen ähnlich und das ist halt mit diesen stalagmiten und stalaktiten gibt so höhlen wo auch gefahr besteht wenn so eine spitze runter kommt die brechen ab dann hast du auch ziemlich einen schaden also nicht nur für mobs sondern wahrscheinlich würde ich selber auch und es gibt ja schon seit einiger zeit gibt es so ein flug anzug also wurde praktisch minecraft schweben kannst wie so ein gleiter der wird glaube ich aus den wissen sie die wesen wenn du lange nicht pensst wenn du minecraft längere zeit nicht pensst kommen ja so dämonen die praktisch ender mann nee nee endermen die klauen dann nur die blöcke nee es gibt die gibt es schon seit ein paar minecraft version sind wie so dunkle wesen die man unheimlich viel schaden und wenn du musst halt schlafen regelmäßig sonst kommen die keine ahnung egal und aus dieser aus diesem leder oder was die droppen kannst du ja anscheinend so ein flugapparat machen ich habe ich noch nicht gespielt so intensiv bin ich in minecraft nicht drin dann kannst du dir also ein cave machen und kannst dann halt auch durch diese höhlen fliegen im boden und dann gibt es halt so seltene höhlen die du finden kannst mit zu kristallen die altern später noch notwendig sind für das weitere crafting manchmal haben sie jetzt offiziellen fernrohr drin dazu brauchst du zum beispiel diese kristalle weil daraus anscheinend diese linsen macht und so weiter und das finde ich kommt und es kommen neue erz hinzu es gibt in den tiefsten tiefsten erhöhen also kurz vorm bedrock das ist ja die tiefste stelle wie beim wie bei seven days to die gibt es jetzt irgendwelche super berserker monster wurde die können aber nur hören die könnte ich nicht die könnte ich nur fühlen aber nicht hören das anders rum genau die könnte ich nur fühlen aber nicht hören diesen praktisch taub eben halt in der dunkelheit und hören einfach also merken erschütterung im boden und solche sachen und das ding hat halt irgendwie hit points ohne ende also da kannst du mit einer fetten rüstung runtergehen das ding macht ich dann ich glaube tu hätte dich auch noch relativ einfach okay krass das finde ich ganz spannend ein bisschen entdecken weil ich finde damals hat minecraft das war so der ursprung was so diese diese open world entdeckerei anging weißt du wenn du dich dann in die tiefen buddeln ist und findest irgendwie höhlensysteme indem man sich x-fach verbaut hat oder unter und durch feststecken und du hast ja kein werkzeug mehr mit dem die frei buddeln kannst gescheit ja und wenn du kein holz hast kannst du kein werkzeug nachcraften und all solche dinge das sind immer so abenteuer so in die tiefe nach unten ja auf jeden fall habe ich bock da mal wieder rein zu gucken wenn es für mich ist ja und bevor minecraft keine schäde hat brauchen wir minecraft finde ich nicht anmachen ich finde minecraft ohne schäde geht für mich überhaupt nicht ja es ist schwierig ja geht einfach also ist allgemein ist halt nicht mein was ganz hart nicht mein art style muss ich gar nicht erzähl mal mehr nee nischt fertig ja ich bin auf starbase gespannt ja also das ist wirklich so das nächste wo ich auch schon lange bock habt es zu zocken und mir was erhoffe dual universe ist bei mir nicht geworden weil irgendwie monatlich gebühren abdrücken ist mir zu doof für so ein spielen ich habe das auch einmal ich habe das ja einmal gespielt dual universe und ich muss ganz ehrlich sagen es ist auch schwierig also da war kein scham und dann waren da also eine million raumschiffe lagen in diesen dingen drin das war die performance natürlich super in den keller gezogen hat ist natürlich schon beeindruckend wie das manchmal aussieht aber was was mir jetzt komplett abgegangen ist es hatte terraforming und überhaupt die ja die textur von von dem boden halt das ist so richtig billig das sieht billig aus ja nicht hübsch und 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 macht irgendwie überhaupt keine laune ja man muss ja schon irgendwie einen anreiz haben um zu zocken ja und wenn man sich erst mal satt sieht weißt du so keine ahnung ja ja das sind so die spiele dann bei dir montag mittwoch mit mir ist der tag davon ich aus ja mit herrn stänger zusammen die wir machen ein stück weiter in schweden rumpallern ein bisschen schweden in schweden war das schweden oder ja klar in skandinavischen ländern irgendwie roboter bekämpfen das war irgendwie ganz witzig das hat uns ganz viel spaß gemacht und freitag mal gucken ob wir schweine züchten können nee was kann man züchten kannst kälber kannst richtig so ein bullen zu der sammsteine so ein entsamen station und besamen station bringen was war denn das das war so die interessant schwierig in schwierig als laut das wort schwierig als laut schwierig als laut ich weiß nicht ich glaube das passt nicht ganz gut ich habe nur noch mal eine geschichte aus dem garten bevor wir jetzt in die in die ganz kurz ich würde noch kurz den spielebereich abschließen wollen ach so entschuldigung ich hatte entschuldigung den spielebereich war weil ich ein bisschen blöd ich dachte du willst im tipp der woche infinitoad ja war ja klar dass du mit deinem komischen das muss muss kommen weil dieses spiel ähm bei twitter habe ich einen beitrag geschrieben infinitoad ein kleines tower defense spiel ich bin kein tower defense spieler normalerweise hat mich nie so weiß ich habe ich irgendwie geduld verloren und so ein kram ich spiele es einfach nur göttlich es ist so simpel es hat zusätzlichen ähm ios beziehungsweise android client also man kann es auf dem handy oder tablet oder was man hat kann man das weiterspielen genau gleiche grafik genau das gleiche spielprinzip und kann es mit dem pc synken der der speichert den speicherstand der cloud und ist so motivierend ist richtig cool geile chips chiptune sounds dabei also so aus wer die alten c64 und amiga zeit noch kennt so die alten wie diese cracker intros hast du es noch mitbekommen so irgendwelche geknackten spieler hatten doch immer so ein intro vor nee nee hast du noch keine raubkopien gehabt nicht in der zeit wo man sowas noch hatte vielleicht okay das kann sein dass das später war ja nee also jeden fall als raubkopien noch irgendwie volkssport waren oder so weißt du als man noch als man noch so weißt du die c64 box voll hatte da war das halt so gang und gäbe dass die ganzen cracker gruppen die cool waren die hatten dann so ihr eigenes intro was so ein animiertes bildchen mit ton dabei auf jeden fall infinito 2 schaut euch das an ich habe es im stream mehrfach gezeigt gerade jetzt wieder im sonntags stream in der ersten in der ersten halben stunde oder was die wir gestreamt haben oder gezockt haben habe ich es nochmal vorgestellt so ein bisschen absolute sucht macht ding also wirklich so acht minuten zwischendurch mal was zocken war echt jetzt kratzt irgendwie ton ganz fürchterlich hörst du das auch ich weiß nicht ich dachte das ist bei dir ne aber jetzt wieder bei dir also ich habe jetzt gerade ich habe jetzt keinen knacken jetzt scheint es gerade in gut zu sein hä ja was gibt auf hört der bnd zu oder was habt ihr euch jetzt eingeschaltet jetzt oder was seid auf dem rechten Auge blind also infinito 2 sehr zu empfehlen gibt es auf steam ich habe immer den den link zu steam in den beschreiben kostet nur 3,99 euro einmalige zahlungen kein ingame oder kein dlc oder irgend so ein kram auf dem mobile client kann man irgendwie gegen echtgeld irgendwelche beschleuniger kaufen also um schneller zu leveln oder so ein kram aber im pc gibt es das gar nicht und ich empfehle es jetzt auch für den pc für steam 3,99 hammer ein wirklich sehr motivierendes spiel und auf mit dem handy kann man kostenlos weiterspielen also da muss man nichts extra zahlen nur einmal würde ich jetzt mal hier so in die in die podcast beschreibung machen auch wenn es das ist was schönes zum satteln schönes kleine spielchen läuft auf jeder möhre ähm super so du warst geschichten aus dem garten ja jetzt jetzt ist meine geschichte aus dem garten ist jetzt äh irgendwie doch nicht mehr so interessant wieso geschichte ich jetzt weil du jetzt infinitoat spielen musst weil du jetzt äh ich hab's jetzt gerade gekauft ja mal gucken alles klar ähm also ich hab vorhin festgestellt dass ich einen toten maulwurf vor dem fenster hab äh das wollte ich nochmal sagen du hast einen toten maulwurf vor dem fenster ja das ist jetzt ein Ding er hat äh ich muss noch äh die forensische ich wollte gerade sagen fehlt ihm irgendwas fehlt ihm ein körperteil ich äh die forensische untersuchung durch ihn lassen aber ich denke es war die katze ich wollte gerade sagen wir haben doch noch am anfang der hat dich doch so angeschmust hat dich super lieb von hinten hat sie dir vor dem fenster gelegt du musst sie mir vor dem fenster gelegt haben also so wie der aussieht die da sind seit gestern also noch nicht so lange ja machen lieber jetzt weg bevor er richtig stinkt bevor die fliegen aber da haben die fliegen doch schon ein Nest reingemacht also RIP Maulwurf RIP ja es ist es ist tragisch es stimmt aber eigentlich brauchst du auch keinen Maulwurf im Garten also ich brauche jetzt keinen im Garten das klingt jetzt blöd aber er hält sich jetzt nicht ja er hat doch noch nie ihn hat der Aufseher hat ja hat ja dann alles getan die Katze macht die macht hier richtig klar Schiff ich hab jetzt den süßen kleinen Maulwurf aus der Sendung mit der Maus oder war der genau so ihn aber halt mit leicht angeritzter Kehle gespreizten Füßen so ein bisschen also der ist so ein bisschen also Leiche im Garten Fleischhammer können wir das so schreiben nur wegen dem Klick für den Klickbait das kann man machen dann schreib mal ich sag es noch die Leiche Maulwurf die Leiche im Garten ja 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 nee das schreiben wir schon so rein das ist auf jeden Fall im Titel das ist ja wohl steht ja fest nicht dass uns jemand ankackt weil wir es im Podcast nicht erwähnt haben die Maulwurfs Leiche im ja nicht Maulwurf dann klickt ja keiner ja ich weiß aber ich muss dann ja 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 Maulwurf kam dann für den Titel war zu lang hat nicht hingepasst mussten wir kürzen Leiche im Garten ja gefunden soll ich noch ausgebuddelt so vergraben so Obduktion steht aus genau was ist auf dem anwesenden Fleischhammer passiert ein reiserischer Welttitel ja absolut Leiche gefunden Apropos wo du Gehaltsaufritzen sagst wir haben einen schönen Pärchenfilm geguckt am Wochenende warum nicht haben wir uns den letzten Rambo angeguckt ja super gut schön last last also das ist doch der Inbegriff eines Pärchenfilms also wenn das erste kommt mir so also wenn du was mit deiner Freundin gucken willst oder deinem Freund guckst du Rambo ist aber auch ist aber auch ein Zeichen dass sie einfach auch zusammenpasst also man muss sagen dass es schon ganz viele Filme gibt die ich ihr zuliebe gucke und sie mir zuliebe guckt oder andersrum also wo das Interesse jetzt nicht 100% dahinter steht weißt du und dann gibt es die Filme wo überhaupt kein Interesse besteht wenn ich mir irgendwie angucken will aber da hat sie das hab ich so und meistens ist es so dass ich anmache ja guck die mal alleine sie macht was parallel und steigt dann später mit ein und guckt dann bis zum Ende mit so und das war so war so ganz witzig ich fand jetzt nicht so schlecht war keine komplette Grütze aber es war halt Rambo also man hat nichts erwartet und hat nichts bekommen also also weißt du was ich meine also es war klar worauf man sich einlässt und spätestens wenn du eine der letzten gesehen hast dann weißt du bedäftig zur Sache gehen ähm ja war halt Rambo was sagt das jetzt über mich aus dass ich damit meine Zeit verschwendet hab ich weiß nicht gab's günstiger bei Amazon und dann hast du gedacht okay komm ähm um wieder Amazon zu loben wegen unserer Partnerschaft bei Amazon wo wir nichts ja weil so richtig richtig hart bei Partners sind absolut die Suche ist immer noch in der der hier Lead of Logistik macht hier in in meiner Nähe echt ja Amazon mhm da hast du auf jeden Fall also arbeiten wirst du dort das ist sicher weißt du was ich meine also jetzt wird auf jeden Fall Arbeit so ja ja da kannst du von ausgehen meinst du die bezahlen gut also aber das ist ja du redest jetzt aber nicht vom Paketpacker sondern von dem verleitung ja ja genau Teamleitung wird ja oh warum nicht ach mal gucken vielleicht auch kannst du ja mal unterhalten man kann sich ja mal unterhalten das stimmt also ich finde das ist legitim du musst jetzt nicht gerade zur Arbeit gehen ich brauche mir morgen frei ich habe einen Vorstellungstermin bei Dahn da aber ich finde man kann sich ja trotzdem unterhalten und mal abchecken was wie die Bedingungen sind das sind übrigens die besten Vorstellungsgespräche wenn ich das mal so sagen darf ich hatte ja letztes Jahr ein paar und meine besten waren die wo ich eigentlich keinen Bock drauf hatte oder wo ich eigentlich dachte das wird echt nichts oder ich kann es mir ja mal anhören da kam da kam ich halt also mir wurde gesagt sie sind sehr eloquent und dann kam es kommt es halt so rüber also dann kommst du da halt viel selbstbewusster rüber weil der Gegenüber hat natürlich nicht darfst du nicht das Gefühl geben dass du kein Interesse hast aber ja du hast keinen Druck dass du den Job brauchst genau und wenn du keinen Druck hast bist du nicht nervös und wenn du nicht nervös bist kommst du halt irgendwie selbstbewusst rüber und wenn du selbstbewusst rüber das ist dann wie so eine Spirale ja ja mal gucken klingt gut warum nicht ich meine ja jetzt unsere Konditionen für den Podcast nochmal aushandeln neu ich meine das sind alles so eine Sachen dann ne mit Prime jetzt auch werbefrei hey hey ja leichte Selbstüberschätzung ja ja rein in den Verlauf ich würde sagen ja ne so sind wir und hast du vielleicht schon direkt ich hab noch einen ich hab einen auf jeden Fall ein Musik aber ich und was hab ich noch ja den kann man jetzt so rausschmeißer nehmen die Musik ja ja das denk ich auch also ich würde ich hätte einen und zwar ein junger Mann der war also die Corridor Crew hat mal wieder ein Video gemacht und es ging um CGI Sachen also computergerenderten Sachen und da ist ein Typ der macht seit ich glaube mehreren Jahren arbeitet an einem Projekt das rendert er alles selber mit Blender und erzählt eine Geschichte und die Hauptprotagonistin in diesem Film der jetzt eine halbe Stunde geht der erste Teil ist seine glaube ich eigene Lebensgefährte wenn ich das richtig verstanden habe der kam jetzt gerade raus Ende Mai der Film Episode 1 Salad Mug also die Salatschüssel selber gerendert also alles ist selber gemacht mit ein bisschen Greenscreen unheimlich beeindruckend fand ich ich hab's nur zur Hälfte bisher gesehen aber das was ich gesehen hab und wurde halt gefeatured bei der Corridor Crew die haben den halt empfohlen weil es um Spezialeffekte ging und so weiter und da wurde er genannt als jemand der als Solo-Projekt oder beziehungsweise als der der den Film dann umsetzt so ein Projekt auf die Beine stellt was wäre total beeindruckend und ja aber da sieht man mal was die heutige Technik möglich macht dass jemand alleine zu Hause sitzen kann und mit relativ kleinem Budget und Möglichkeiten so einen auf Computer grafikbasierenden Film macht oder wie das Clip anschaut wie das sich anschaut das war meine erste Empfehlung ja ich guck hier so durch ey ich hab ein paar ARC-Videos geguckt weil muss mich ja informieren dann geht's bei mir immer auch um Superhelden-Trailer Superhelden-Filme-Trailer so oder neuste Trailer oder sowas ist immer ganz auch ganz weit vorne bei mir äh oh man ey und viel Quatsch auch hier so ein schöner Film der ist cool wo du passt zu deinem Thema der Film heißt ist so ein Kurzfilm äh computeranimiert und der heißt The Fox and the Bird wird nicht gesprochen da wird es nicht da wird nicht drin gesprochen ist ein äh zwölf Minuten langes Video und ist ein schöner und ein bisschen trauriger Film mhm mit einer coolen oh mit einer coolen Wendung mhm wie ein Kurzfilm wer hat letztens so heißt einen oder wo der auf dem Discord empfohlen wurde so in der Art weiß man nicht äh bei uns auf dem Discord ne wir hatten doch letztens wurde du hast dir hier vorgeschlagen da haben wir doch schon mal du hast doch so mal einen kurzen Film der dich bewegt hat und so weiter ne ne sowas ne ne das war das nicht ne ne der wurde mir gespült rein reingespült in die Timeline sozusagen Timeline heißt das überhaupt so in die Startseite die Vorschläge ich hab ein Trailer von einem Spiel über das wir jetzt überhaupt nicht gesprochen haben was für mich in dem Trailer sehr sehr gut aussieht wo ich irgendwie Bock drauf hab sehr bunt ähm aber glaube ich so ein Spiel was man durchaus wie wir in so einer Viererkonstellation ähm spielen könnte ähm und zwar das nennt sich Palia das Spiel ist noch nicht raus ähm ist jetzt für die Alpha kann man sich anmelden ähm das heißt ja Palia P-A-L-I-A ähm bin ich sehr gespannt drauf weil ich glaube dass das äh richtig gut werden könnte jetzt hab ich schon wieder den falschen Link kopiert ähm so ein bisschen ähm wie soll man sagen Stardew Valley äh ganz viele Spielegräne ich hab's jetzt nicht mehr raus ich muss mal ich hatte so einen schönen Vergleich Stardew Valley meets Ark meets irgendwas bisschen bauen bisschen Abenteuer bisschen Landwirtschaften ich würde mal den offiziellen Trailer einfach hier ähm mit in die Podcastbeschreibung aufnehmen fand ich sehr spannend hab ich mir auf jeden Fall eingetragen für und ähm hoffe dass wir da irgendwann mal reingucken können ist glaube ich gar nicht mehr lang wenn es mich äh nicht irrt wann das rauskommen soll oder war das das die Ankündigung sind zu viele Spiele im Moment Palia ich fand den Trailer einfach sehr beeindruckend ja und ähm sonst hab ich nicht viel gab wieder Kurzstrecke aber da haben wir so oft schon als Tipp gegeben die Kurzstrecke ähm dann hab ich mir über Minecraft haben wir ja gesprochen die 1.107 hab ich mir einen Trailer angeguckt ansonsten irgendwelche Filmtrailer boah fast lege wieder geguckt aber das hat mir alles raus äh demnächst wo du sagst jo freu ich mich schon drauf ja 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 haben wir heute gesprochen Gunpowder Milkshake Gunpowder Milkshake ja Ladies let's go sag ich mal sollen wir den noch mit reinnehmen Trailer? ich hab mir den nicht hier angeguckt der gehört hier rein okay das ist auf jeden Fall ein Trailer wo ich sage der Film wird bestimmt geil also der der ist auf jeden Fall äh so in diese Guy Ritchie Richtung finde ich äh schlägt das geht ja auf jeden Fall ja und ähm ich würde einfach mal den deutschen Trailer von Kinocheck hier mit rein machen liebe Grüße ein bisschen was von John Wick so genau ja ja ist das nicht von den Machern von John Wick oder schreiben die das nicht gute Frage weiß man nicht jetzt aber auch schon wieder Halbwissen so dann mach ich den dazwischen weil du hast ja einen Rausschmeißer mit Mucke ja Gunpowder Milkshake sehr äh vielversprechend und ich hab meine meine Band meine Guys ja meine Boys von Eskimo Callboy haben zusammen mit Sascha ihren Song Hyper Hyper neu aufgelegt das haben wir noch letztes Mal oder vorletztes Mal ne doch meine ich ja ne 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 der kann man der kann man der kommt theoretisch ja von dem Bohner kommt der raus ne oder wir haben den abends gespielt ich weiß nicht ich hab mir auf jeden Fall ja ich kenn ihn nicht halb so gut wieder echt ja ja aber ich hab's ja heute erst entdeckt da dachte ich mir so ah ja ja das ist ja gut kannst ja vorschlagen ich dachte mir dass wir ihn irgendwo schon drin hatten aber das war dann ich hab ihn dann gesehen und ich hab glaube ich hier im Discord ja finde ich finde ich nicht gut also mir hat er überhaupt nicht gefallen ich meine der Song ist gut und ich mag das Original aber dieses mit ihm das ist mir zu schmusig da ist halt nicht dieses Hardcore-Dings mit dabei das fehlt mir ne das ist komplett raus ja das ist nur noch ein Popsong und und das ist sozusagen das ja wie soll ich wie soll ich sagen das das Grundgerüst eines Popsongs ist das aber das ich find den ganz schmissig so das ist auch kein das ist auch ein Wort was keiner mehr benutzt schmissig das ist wie du dancest hier ja ja ne der gefilmt ist original besser da hat mir irgendwie der Witz wie Sascha sich da so ein bisschen selber auf den Arm nimmt und so fisch ja du konnt ja also seit Dick Brave und so ein Kram finde ich ist da ja auf jeden Fall das ist ja ein Vollblutmusiker weißt du der einfach nur in den schwierigen Bereich reingedrückt worden ist weißt du wenn du merkst dass ich Schlager gut verkaufe machst du halt Schlager dann machst du damit dein Geld und dann nebenbei kannst du immer noch deine Rockmusik spielen wenn du Bock hast dabei weil mit Dick Brave und The Backbeats war er sehr erfolgreich sogar ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall auch in einer breiteren Masse zugänglich als jetzt Schmusi Dusi ich hab ein Poster von dir zu Hause hängen also Schmusi Dusi das stimmt definitiv ja dann ein bisschen einen schmissigen Song als Rausspeiser nächste Folge hören wir uns zu Folge 104 und dann werden wir so ein bisschen Resümee ziehen was haben wir was haben wir gesprochen wir werden feststellen ob wir mit Starbase ein Jubiläum feiern können bin ich mir gerade etwas unsicher ob das in der ersten Folge schon drin war bleibt weiterhin gesund ich freue mich auf den Sommer weiterhin und schöne Woche wünsche ich auch schöne Woche meine Damen und Herren nichtsdestotrotz bleiben gesund ich winke